Mobile Suit Gundam möchten wir Ihnen hier eigentlich nur der Vollständigkeit halber zeigen. Der Mac-Shooter mit Bandai-Lizenz kommt so hässlich, ruckelig und träge daher, dass sich noch kein Playzone-Redakteur zu längerem Probespielen aufraffen konnte. In Japan und den USA erschien das Action-Debakel zum PS3-Launch. Ob das Spiel in Deutschland herauskommt, ist noch unsicher. Fall back immediately. Danger. Energy reading critical.